hallo ihr lieben und so weiter und so fort und ja heute immer wieder eine dating situation wenn du das auch machen willst kannst du das über ein formular auf lebeschiff.de machen da findest auch meine kurse und diese mail hat diverse trägerpunkte kann ich schon mal gleich ein bisschen vorwarnen weil es wirkt auch wie ein sehr auf der anderen seite sehr manipulativer mensch soweit man das aus der ferne natürlich mit allen vorbehalten so sehen kann und hier sind wirklich ein paar echt schlimme klassiker dieser mail ist echt schlimm wirklich so hallo im stein dank für deine vielen videos und angebote die du allen frei zur verfügung stellst das ist wirklich sehr hilfreich zu mir ich bin mitte 20 und seit vier jahren single ich habe circa drei monate einen mann gedatet der gerade frisch aus einer beziehung kam und direkt gesagt hatte er möchte auch keine ja also gut du bist jung also ich weiß dass es auch ein bisschen modern glaube ich jetzt so gerade in eurem lebensjahrzehnt ja scheißegal keine beziehung aber meistens weint einer nach kurzer zeit deswegen vor allem wenn man weiß aber mein liebeschiff falls du das weißt ist ein bisschen angeknackst ich neige auch zu schlimmen liebeskummer und was weiß ich finger weg ist meine nur mein rat also hat nichts mit moral zu tun also finger weg von unklaren beziehungssituation also hat einen grund warum zum beispiel s la sex in love addicts anonymous warum dieser die total auf monogame beziehungen setzen nicht weil das so moral apostel sind sondern also auch beziehung nicht nur monogame sondern auch wirklich beziehungen also da gibt es auch so gibt es jetzt nicht immer die gleichen regeln aber ich kenne da auch sachen dass gesagt wird erst muss die beziehung stehen dann sexualität und also die zäumen das ganz zum anderen warum nicht weil das so moral apostel sind sondern weil uns diese unklaren situation sehr schnell sehr abfacken muss man direkt zu sagen ich wusste auf was ich mich ein ließ wir hatten uns jedoch sehr oft gesehen und ich beschlossen nicht mit anderen sexuell etwas zu haben ja das muss mir mal irgendjemand erklären was wenn man jetzt sagt man es exklusiv was unterscheidet das von einer beziehung das also wenn man da immer noch einen unterschied macht hält man sich doch weiter irgendwelche hintertüren offen oder sich das falsch ja oder sich das irgendwie falsch ich weiß nicht also immer schon so eine wissenschaft draus macht was für ein beziehungsstatus man hat ja muss man immer fragen will da jemand was verheimlichen aber gut dass du darauf gedrängt hast das ist ja schon mal ein wichtiger schritt in die richtung irgendwann bin ich auch misstrauisch geworden weil er ständig erzählt hat dass andere frauen ihn gut finden ich frage mich immer wer macht so was also das ist schon so ein quälen jemand damit quälen ja ist ja schön wenn selbst wenn du red pit bist oder was weiß ich oder irgendwelche wirklich eine außergewöhnliche schöne person ist warum muss das andere nicht mal die nasen reiben was soll das ist das das ist wahrscheinlich kommt dann noch so ja ich will ja nur ehrlich sein das kann ich dafür ich will nur ehrlich sein aber das ist schon ein bisschen gemein irgendwie so schon ein bisschen gemein führt zu eifersucht schürt eifersucht also da muss man sich fragen und die frage wird man meistens mit ja beantworten ist da jemand auf der anderen seite der einfach drei mal drama 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 ist am besten sich noch frauen streiten um ihn und hauptsache ist es drama und das ego wird befriedigt und ist schon ziemlich red flag finde ich auch die beste freundin seiner ex freundin würde ihn öfter fragen ob sie sich sehen wollen ja also ist ja schön wenn das mal vorkommt wenn du sagst mensch bin heute angesprochen worden auf der straße und und nur sie nur sagen und da muss man sich schon fragen ja wenn es eh nix non event war ja vor allem am anfang von der beziehung wo man unsicher ist ja ist ja wie gesagt schön wenn du einen interessanten partner hat man musste anders ständig unter die nase reiben und wie muss sie auch fragen wie tritt er auch auf dass sowas ständig passiert und da kommen wir wieder zum punkt dass ihr seid zwar so heimattechnisch heimattechnisch exklusiv aber er hat ja nicht gesagt seid in einer beziehung und dann wenn du ihn darauf ansprichst dann sagt er wohl wirklich noch meine güte wir sind doch gar nicht in der beziehung guck mal wir sind technisch sind wir nicht in der beziehung natürlich darf ich noch mit jedem flirten und natürlich wollen die ja was mit mir und dann kann ich die auch noch ein bisschen schön verwickeln in mein drama spiel herrlich wunderbar ich bin konnte damit nicht gut umgehen ja wer hätte das gedacht ich bin eifersüchtig geworden habe angefangen rumzuzicken rumzicken ist verständlich absolut also eifersüchtig werden sowieso wird jeder eifersüchtig werden und rumzicken kann ich verstehen bringen natürlich nicht viel sondern klare grenzen es geht immer wieder um grenzen in meiner arbeit grenzen 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 und dann einfach zu sagen ja was soll das und keine ahnung wenn das für dich das alles so ein spiel ist lass uns das lassen oder hör auf damit oder sag jetzt allen dass du in einer beziehung bist also grenzen setzen weil somit mit rumzicken passiert ja scheinbar nichts ne ich habe mich aus trotz auch mal mit jemand getroffen dort ist aber nichts passiert ja also wie gesagt ich will jetzt gar nicht aufzählen was ich alles mit mittel 20 gemacht habe deswegen keine kritik aber das ist nicht verständlich absolut verständlich nicht hilfreich weil du willst es ja eigentlich gar nicht machst es ein bisschen aus aus rache vielleicht oder so und das hat einen riesen auch das ist wieder keine moral predigt von mir es hat einen riesengroßen nachteil dass dir das vorgehalten wird du hast doch auch was willst du eigentlich du machst du das gleich du hast dich sogar getroffen und da kommt man in eine ganz schwierige situation deswegen das hat keine moralischen gründe wenn ich sage also ein paar vielleicht auch spielfläche sauber halten sondern du machst dir einfach dein fucking leben total kompliziert und muss ich dann so ätzende diskussionen verwickeln lassen und dann irgendjemand meint du bist doch genauso und gucken was du alles machst deswegen lass das guckt euch das ganze ruhe an ich werde auch noch mal irgendwann wieder über kommunikation machen guckt das ganze ruhe an erst mal die eigenen träger verarbeiten durchatmen einmal drüber schlafen feststellen diese scheiß beziehung tut richtig weh will ich das überhaupt dann ganz zielgerichtet grenzen setzen sich fernhalten einfach feststellen wo am liebsten fühle ich mich jetzt komplett rächen mache ich nicht nicht weil es ein feiner kerl ist sondern einfach um meine ja meine eigenen schachfiguren gut zu setzen sag ich mal mir jetzt nicht meine meine dame hier zu nehmen von ihm und ja dass das ist wirklich smart das ist wie gesagt ist noch obendrein ist es noch moralisch überlegen aber das ist mir eigentlich relativ wurscht ist es kümmern sich ja keiner drum es ist smart es ist einfach smart weil du in die besten in der besten position bleibst ich habe mir ja ich weiß das ist keine feine art dafür habe ich mich auch selber entschuldigt ja es ist auch gar nicht das gleiche was er macht und was du machst jetzt tut es wahrscheinlich wirklich leid aber ihm tut es ja nicht leid also er findet das lustig aber wie gesagt es wird dann trotzdem immer gesagt es wäre das gleiche wir hatten einen kleinen streit und eine diskussion er hat das verhältnis mit mir beendet er meinte dann auch zu mir ich hatte recht mit meiner eifersucht bei der frau und ihm wäre wirklich ihm wäre wirklich etwas oder da wäre wirklich etwas was möchte er jetzt rausfinden gut nächster tipp wenn jemand ein verhältnis mit dir beendet dann ist diese person tot für dich da werden auch keine gespräche mehr geführt und wenn jemand dann noch sagt ich rede nur mal kurz mit dir und nur um die wir das messer noch mal von hinten in die rippen zu rammen da sagst du nee ich möchte nicht mehr mit dir reden ist mir scheißegal ist vorbei ich möchte jetzt nicht noch deinen scheiß hören dann dann egoistischen weiß ich nicht möchte jetzt dann diese gemeinheiten ich möchte jetzt nicht noch eine andere kugel in lauf geben die dann auf mir abschießen kann so ne ich meine ich weiß jetzt nicht in welchem zusammenhang das war aber nur vielleicht ließ ich das auch nicht vermeiden war nur als tipp wenn es vorbei ist vor allem bei so höchst unsicheren menschen wie dem hier äh blocken sofort weil du weißt nicht was da noch an bomben kommt äh der kommt da noch und sagt ach übrigens ich habe eine einsteckende sexuelle krankheit also du weißt es nicht was alles kommt was leute alles machen für drama es ist unendlich unendlich und einfach um sich dem zu entziehen ähm einfach sagen naja das war es du hast deine eine Chance gehabt ihr noch einmal an mein Video geben Menschen nur eine Chance das ist natürlich ein bisschen überspitzt aber er hat seine Chance gehabt der hat sie nicht genutzt diese Person ist raus kann im nächsten Leben wiederkommen das war's äh und ja es ist natürlich es ist das gleiche also du hast quasi schon das richtige Bauchgefühl gehabt mit der Eifersucht was ich noch schlimmer finde ist dass er nicht nur fremd flirtet sondern dass er sich irgendwie es wirkt so als wenn er sich Freude dran hätte dich ein bisschen zu quälen und man denkt immer das wäre irgendwie selten das gibt es leider doch relativ häufig äh es muss jetzt nicht sein dass es in sich ein schlechter Mensch ist oder so aber er ist sehr im Drama verhangen und im Ego ne das kann man auf jeden Fall sagen mh und liebt Schammer Spielchen ich wusste aber von Anfang an dass sie ihn gut findet sie hat ihm immer Geschenke gemacht und er hat mir das auch stolz gezeigt und ich hab mich so umächtig gefühlt ja es ist einfach ein verficktes ekelhaftes Spiel was da gespielt wird und er würde es immer sagen ja wir waren auch gar nicht zusammen das ist diese Scheiße dabei und selbst wenn das aus irgendwelchen Gründen ihr gesagt hättet ja wir daten auch andere Leute warum erzählt man es dann also du kannst es drehen und wenn wie du willst es ist einfach nur es führt nur zu Schmerz und das müsste ihm eigentlich auch irgendwo klar sein aber wahrscheinlich ist er so unbewusst dass er es gar nicht merkt weiß ich nicht mh aber es wird noch es wird noch viel doller es wird leider noch viel doller so ähm ein Moment so gut dann so mein Problem ist ich kann einfach nicht abschließen wir haben noch Kontakt also ich hoffe jetzt du bist neu bei mir ansonsten muss ich wirklich sagen warum 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 noch Kontakt dieser bedennt sich einfach echt wirklich absolut unterirdisch dieser Typ und ähm warum willst du ihn noch treffen so ne also ich das ist wirklich das ist du gibst diesem ist wie gesagt das ist keine Kritik bin sehr dann seit haben wir alle schon mal gemacht die in solcher Art von Beziehungen waren aber ja es wird dann immer schlimmer ne null Kontakt er hat es beendet sein Pech lass deinen Selbstwert halt nicht crashen von so einer Drecksbeziehung ähm mach vielleicht einen Selbstbeauftungskurs noch oder Selbstliebe äh vor allem im Modul eins möchte empfehlen oder auch null von Liebeskummer also raus da er hat seine Chance gehabt ist er raus mein Gott du bist jung äh scheiß was drauf äh äh betreffend zum Spazierengehen haben nochmal gesprochen er meinte ich hätte mit meiner Eifersucht und meiner Verlustangst genau das hervorgerufen wovor ich am meisten Angst hatte nämlich den zu verlieren kompletter fucking bullshit also da kann ich niemals was zu sagen war das so also irgendjemand macht dich total eifersüchtig und gibt es auch noch zu und dann hast du ihn aber dahin getrieben das ist Gästehaltung des Grauens sorry also wirkt zumindest so so jetzt kommt der richtige Bämmer äh er ist sehr spirituell sorry ich kotze gleich auf den Rechten wirklich äh und hat davon gesprochen dass man alles größer macht an was man am meisten denkt also ganz ehrlich Leute wenn euch jemand aus dem Nichts auf den Tisch packt der ist ein Empath und der ist spirituell ich würde mittlerweile wirklich sagen rennt so schnell ihr könnt nicht dass ich liebe Spiritualität aber wenn Leute das so in so einer Situation vorbringen und sich so unspirituell verhalten wie ein Eichhörer durch den hätte ich fast gesagt aber ein Eichhörer ist dann Sicherheit spiritueller als was hier passiert also äh da das ist so richtig spirituelles Gaslighting das ist ähm ja du hast ja selber manifestiert so ich bin jetzt fremdgegangen fast fremdgegangen fremdgeflirtet Dreiecke aufgebaut aber hey das ist deine Schuld das ist doch dein Leben hast du doch manifestiert du Blödi äh Junge das ist super manipulativ total daneben und ich kann dir nur tu mir einen Gefallen zieh dir den Schuh nicht an wirklich das ist kompletter fucking Bullshit also ja ich glaube auch dass wir Situationen anziehen kann sein dass du irgendwelche Kindheiten hast kann sein ähm weiß nicht schon toxische Beziehungssituationen fühlt sich vertraut an dann bleibt man zu lange drin also nicht dass das dass du da drin bist dass es nicht auf irgendeine Art auch mit dir zu tun hat aber wie er sich verhält wie sich ein Mensch verhält ey das ist nur sein das ist nur seine eigene Entscheidung du hast ihn da nicht hingetrieben ne so es wird aber noch besser es wird noch besser Leute äh vielen hat sich das Verhältnis nicht mehr so gut angefühlt weil es sich ähm weil es sich angefühlt hat als wenn ich nur auf ein Ziel hinarbeite ja und wenn das Ziel nur ist dass du klare Verhältnisse haben möchtest das ist genau diese ganzen blöden Sprüche immer lass uns Leichtigkeit leben nix festlegen äh was verabreden weiß ich das fünf Minuten vorher hoffe ich kann und das ist die Leute macht da nicht mit auch wenn das die Gesellschaft dahin driftet äh weiß ich nicht lebt in einer Blase in der sowas nicht passiert wirklich das ähm ich fühle mich als hätte ich alles verbockt nope ich habe auch keinen Bezug zur Realität mehr weil ich so viele Dinge nicht verstehe ja weil du Ziel manipulativer Kommunikation ist jetzt sage ich nicht unbedingt dass er intentional manipulativ ist sondern es ist wahrscheinlich seine Art einfach ne wenn man ihn darauf ansprechen würde würde er auch noch sagen ich bin total spirituell das willst du eigentlich ne aber das ist manipulative Kommunikation und die führt dazu dass man die Realität nicht mehr so klar sieht ne jedoch verstehe ich seine Sichtweise ich verstehe gar nichts bei ihm er meinte auch er hätte nie was mit einer Frau gehabt doch hat er die haben ihm Geschenke geschenkt meint das machen die einfach so und wie gesagt selbst also meinst du nicht es hätte irgendeine Möglichkeit gegeben einen sicheren Beziehungsstaat hinzulegen wo man ganz klar sagt hey wir beide daten jetzt hier ja ich bin beliebt muss ich dir aber nicht ständig unter die Nase reiten halten andere werden wissen dass ich mit dir zusammen bin und dann schenken die auch nichts warum sollen sie das denn machen als ich angefangen habe misstrauisch zu werben war ihm das zu viel was auch immer ich meine ihr seid nicht kompatibel also du hast es also du hast es eigentlich richtig gemacht du hast die Schnauze aufgemacht du hast es gemacht sorry das geht so nicht und dann hat er es beendet das ist genau was passieren soll solche Sachen sollen möglichst schnell beendet werden das war ja alles richtig gemacht du machst nur den Fehler also du hast ja durchaus Grenzen gesetzt vielleicht nicht genug du hast dass du es nicht durchziehst dass du ihn weiter dich bequatschen lässt hinterher kommt er noch an mit irgendwie das ist Dreieck und weiß ich nicht also du bist ja auch wirklich in einer sehr sehr verwundbaren Situation weil du sowieso schon nicht weißt was oben und unten ist und da solltest du da solltest du schon mal gar nicht mit so unsicheren Menschen reden es wird ja immer schlimmer dann habe ich überreagiert damals nein ich fühle mich so schlecht ich habe das Gefühl ich habe alles verbockt um den Menschen den ich so sehr mochte vor mir gestoßen du solltest dir überlegen warum du jemand der dich so behandelt so sehr magst und das mache ich ganz ernst also hast du so Geschwister hast du so Eltern die dich total schade war also die dich manchmal sind es auch Geschwister die einen gemobbt haben ewig gequält haben dass man das irgendwie okay findet und man spürt dieses Homie Gefühl und dann mag man die Menschen aber ich weiß es nicht die lassen uns ja nicht verraten was an diesem Person jetzt so außergewöhnlich ist aber das würde ich mir mal fragen warum magst du ihn so ne ich frage mich ob die andere Frau cooler bleiben kann als ich also er wird auch die andere Frau verwickeln keine Sorge und du solltest in solchen Sachen überhaupt nicht cool bleiben das ist völlig dysfunktional also ja ist eigentlich dysfunktional ja im Moment treffen sich beide und siehst sogar schon das Hintergrundprofil und sagt mir warum weißt du das alles du musst auf nur Kontakt gehen nicht unser Verhältnis so ein paar Monate her er meinte auch ich hätte damals zu meinen Gefühlen stehen sollen hast du doch aber da meinte er jetzt weil du auch erstmal dich drauf eingelassen hast auf irgendwas ein bisschen Unklares und dann irgendwann festgestellt hast dass es doch nicht passt ja das passiert fast immer an solchen Sachen und also ich habe jetzt hier nirgendwo sehe ich irgendwo was wo du irgendwas nicht gesagt hättest wo dann wie dein Stand dann jeweils war und ich bin einfach was hätte für ihn besser angefühlt ja ist ja schön aber vielleicht sollte er sich mal überlegen wie für dich sich diese ganze Scheiße hier anfühlt alle drehen sich nur um ihn er dreht sich um ihn du drehst sich um ihn aber was ist denn mit deinen Gefühlen so jetzt kommt wieder jetzt kommt ein richtiger Klassiker wo ich wieder aufpassen muss ich lege mir erstmal gerade eine Tüte über die Tastatur hier so er meinte auch er sei nicht für die Gefühle anderer verantwortlich super ich kotze dir ins Gesicht und wenn du dann sagst ey sag mal spinnst du dann sag ich ey ich finde mich für deine Gefühle verantwortlich das sind doch deine Gefühle ich kotze das doch bei dir im Gesicht was kann ich denn dafür das ist das ist diese toxische Positivität diese Fake-Spiritualität diese dieses ganze dumpfe 3D-Schwingende Gelaber irgendwie also natürlich kann man auf irgendeiner abstrakten Ebene sagen wenn ich irgendwelche Gefühle habe ja es sind meine Gefühle aber ja was wenn dir einer volles Wucht in die in den Magenbox und das tut weh ja das ist doch dein Schmerz was kann ich denn dafür wenn ich dir hier wenn ich dir in den Magenbox wenn dir das weh tut das ist dein Schmerz nichts mehr zu tun oh Gott ey das oh Leute ich kann das alles nicht mehr ich kann das nicht mehr so aber das passiert wenn man so du hast da jetzt nichts du bist einfach verwickelt jetzt ne du hast da auch nichts falsch gemacht in dem Sinne weil das ist du versuchst da gerade Boden zu finden und ich hoffe ich kann dir dabei helfen und aber sorry das ist einfach fucking Albtraum hier echt wirklich wie gesagt es gibt ja es gibt könnt ihr auch gerne mal einen Eifersuchtskurs und es gibt natürlich unbegründete Eifersuchtskurs es gibt Leute hab ich auch erlebt Leute die aus dem nichts dich tot kontrollieren eifersüchtig sind und du machst wirklich gar nichts du bist wirklich Mäuschen dann kannst du natürlich sagen puh ja ja das glaube ich nicht also ich hab jetzt wirklich mein Bestes gegeben hier ist mein Handy kannst du durchgucken mach dies das jenes und es wird nicht besser was es meistens nicht wird könnt ihr gerne mal in den Kurs reingucken dann kannst du sagen sorry das musst du für dich glaube ich aufarbeiten aber er hätte es sogar zugegeben ja er hat dich eifersüchtig gemacht das das ist also diese Mail die ist echt ja nicht die Mail also diese ganze Situation die ist wirklich so ätzend so toxisch wirklich ähm man soll sofort sagen wenn man ein Problem hat ja das ist ja alles schön aber ich glaube offensichtlich hast du ihm ja mehrfach gesagt dass du ein Problem hast mit seinem Verhalten aber das habe ich versucht vielleicht nicht gut genug aber so gut wie ich konnte ja du bist komplett in der Defensive hier ne ich finde du müsstest ganz anders mit ihm reden er hätte außerdem gesagt äh am besten gar nicht mit ihm reden dass er doch die andere dass er doch die Person hätte sein müssen mit der Eifersucht weil ich mit jemand anderem getroffen habe ja siehste jetzt kriegst du das aus das ist da setzt er dich jetzt mit der Sache schachmatt obwohl es ist nicht das gleiche aber das kannst du jetzt das ist argumentativ nicht mehr zu finden und du kannst aber auch sowieso nicht argumentieren von daher ist es auch völlig wurscht also hack's ab wirklich hör auf den zu treffen und leck erstmal deine Wunden wirklich ähm ähm bei mir ist nichts passiert ich habe die Person noch nie wieder gesehen er hat nur ein Verhältnis mit der Frau ja siehst du nicht dass er das gleiche jetzt wieder macht also ihr seid ja in so einem Drecksdreieck auch schon wieder und er macht weil er dich weiter trifft du bist ja auch die Ex äh macht er ist das ein was meinst du was hat der Frau erzählt alles wird schon wieder in Dreiecke gemacht ja das macht ihm Spaß das findet er lustig diese Dreiecke und auch da wird es kein Commitment geben da brauchen wir jetzt keine Raketenwissenschaft für ähm habe ich ihn in die Arme dieser Frau getrieben mit meiner Eifersucht nein du hast indem du gesagt hast sorry das geht hier nicht hast du das äh relativ zeitnah beendet du ziehst nur leider nicht durch und triffst ihn weiter das macht das nicht kann ich denn wirklich nur wenn du willst dass es dir besser geht macht das nicht echt er hatte nach seiner Trennung mich äh und nach mir direkt die beste er hatte nach seiner Trennung mich und nach mir direkt die beste Freundin seiner Ex ja scheint ein guter Dater zu sein ähm ist auch wurscht was er vor dir nach dir macht spielt keine Rolle ne vielleicht sieht er gut aus und so aber das ist alles nicht wert hier ne äh äh ich hab so viele Fragen im Kopf und kann nicht abschließen ja du wirst diese Fragen werden sich klären wenn du länger auf null Kontakt bist glaub mir und eigentlich also ich versteh schon also dieses offene Fragen ist eigentlich schon so ein Zeichen dafür dass man nicht in seiner Mitte ist weil eigentlich gibt's ja keine Fragen ich meine ich finde gibt's überhaupt keine Fragen aber ich weiß wenn man da drinsteckt denk mal es gibt so viele Fragen ja äh ich hab das Gefühl ich muss kämpfen oh ne bitte nicht ähm ich weiß total schräg soll ich ihm nochmal sagen wie gern ich ihn hab nein um einen klaren Korb zu bekommen nein er will ja er will dich genau in dieser Position haben zur Verfügung in seinem schwarzen Notizbuch wenn mal sonst nix läuft dann ruft er bei dir an kapp alle Brücken hinter dir beende das und der Korb ist schon da nur er möchte dich ja gar nicht aus deinem weil das macht ihm irgendwie Freude mit dir aber auf eine dunkle Art finde ich oder was heißt dunkel also auf eine dysfunktionale Art tut dir nicht gut ähm und ja da ist alles gesagt wirklich ne und du fütterst nur sein Ego wenn du da weitermachst ne äh legt es wirklich so viel am eh dass das Verhältnis nicht klappt nope äh besonders die Sichtweise von uns beiden in unserem Trennungsgespräch meinte er auch hört auf mit diesen Trennungsgesprächen in toxischen Datingsituationen Leute wirklich das ist nicht notwendig dass die Eifersucht nur in meinem Kopf sei und er meinte Mädel komm mal klar boah ich bin erschöpft Leute ich kann das nicht mehr sagen er hat es auch zugegeben dass er dich eifersücht gemacht hat äh war mein Bauchgefühl doch richtig und man kann ihm nicht vertrauen jep oder bin ich hier wirklich verrückt nein ich schwimme mal so stark hin und her zwischen hab alles verbockt und kann ihn verstehen ja das ist dieses pluspolige in dem du da gerade bist auf der anderen Seite frage ich mich warum er nicht einmal verstehen kann warum man sich nicht traut was anzusprechen ist es doch für jeden schwer über Gefühle zu sprechen absolut ich habe das Gefühl er braucht so viel Sicherheit und ist auch so sensibel besonders wenn es um sein Ego geht ja das ist ja schön dass er so sensibel ist weil mit dir ist er überhaupt nicht sensibel mit dir ist er wirklich eine Axt ne eine sensible Axt irgendwie so sorry ich will niemanden triggern aber ich habe so starke Gefühle von ihm ja das sollst du mal erforschen weil verdient hat er das nicht ne und gleichzeitig so ein starkes Fluchtgefühl ja wie gesagt ich glaube wenn du da vielleicht nochmal deine Kindheit guckst wirst du wahrscheinlich antworten finden nicht immer vielleicht bist du auch gerade nicht in einer guten Situation aber das Fluchtgefühl Leute wenn ihr ein Fluchtgefühl habt gebt lieber dem Fluchtgefühl nach wirklich gut gemeint wirklich sehr sehr gut gemeinte Rate lieber mal zu einmal zu viel flüchten als in sowas zu bleiben würde ich sagen ist das normal ja ist alles normal welcher dieser Anteile ist gesund und welcher ungesund in dieser Geschichte ja also dein Bauchgefühl ist auf jeden Fall gesund glaube ich oder angemessen sagen wir mal so gesund ungesund sind ja hier nicht so gute Begriffe genau schreibst du noch dass es dir gerade nicht so nicht so dolle geht das ist auch verständlich also ich gehe auf nur Kontakt genau alles andere hat man ja auch schon denke ich geklärt genau ja hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen in diesem Sinne wir sehen uns bald wieder schau ihr Lieben ein bisschen